Ja, ich hör die Musik auch. Die ist geil, ne? Jo. Ich bleib draußen! Drei Tech-Ups. Ein Upgrade-Modul. Oh Alter, was sind das denn für Viecher? Scheiße, bitte. Äh... Alter! Tot? Nee, noch nicht. Aber auch fast. Ich hör dich schon. Ich seh dich auch. Du hast fast geschafft. Was mit dem Gold-Bauer? Ist der schon weg? Mit dem was? Ist der Gold-Bauer schon kaputt gemacht? Ja. Nee, nee, den hab ich noch. Ich hab noch einen zweiten. Juhu, geschafft. Oh. Ich hab noch keine Ahnung, wo du den hinstellen kannst. Aber... Hauptsache wir haben einen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wichtig. Ähm, ich brauche eine Batterie. Oder ich brauche eine Tungsdingbar. Ich brauche alles. Ich hoffe nicht. Die Batterie haben wir. Und wir haben das. Oben, ne? Ich will jetzt hier erstmal in den Turm stellen. Ja, ja, nach oben in den Turm und so. Ja, ähm, hast du dich nicht gut an? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Haben wir noch Batterien? Äh, von denen nicht mehr. Ja, ja. 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 Kann ich da auch noch was einräumen? Also, was hast du denn alles da eingetan? Alles, was ich bei mir zum Essen mit mir tat, damit ich erstmal was sortieren kann. Ich mach da gleich wieder Platz. Ich muss mir ja eben mal die ganzen Sachen ablegen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Woll. Okay, ich mach mal direkt mal was ganz cooles. Also ein Diamanten, Copper, Da müssen wir noch Batterien herstellen. Da brauche ich in das Toxic Waste rein. Was ist? Toxic Waste. Keine Ahnung. Guck mal, welche die Kiste. Ich hab aufwes mal das coolste Gadget überhaupt erstellt. Okay. Zeig dir gleich warum. Ja. Ein paar Pfeiler können wir haben. Ähm. Hast du noch einen dritten? Können wir noch einen dritten haben. Ja. Habt ihr mitgenommen? Oh nein. Nein. Die ganzen Baumaterialien die ich bei mir habe. So. Alles wieder weg. Oh. Irgendwann müssen wir nochmal Öl holen. Dann kann ich mir so einen Compound-Bogen basteln. Also einen fetten Bogen. Ne. Wir können auch unterrichtes Felder anbauen. Wir können Sprinklanlage bauen. Okay. Okay. Machen wir nur Duraste und Gold. Ähm. Geil. So. Hat sich das auch erledigt? Oh Gott. Jetzt das nächste Inventar. Ach man. Äh. Hast du grad irgendwie... Irgendwie hast du das Lagersystem am Arsch gebracht. Okay. Was? War irgendwie ein bisschen anders vorher. Ja. Ja. Es kann sein, dass es innerhalb des Dings nur ein bisschen durcheinander gewürfelt war. Ja. Hast du alles voll durcheinander gewürfelt? Was soll der Scheiß? Hm? Das Eis voll durcheinander. Was soll der Scheiß? Schon klar. Aber ich dachte es wäre nicht so schlimm, wenn innerhalb der Kiste die Sachen ein bisschen durcheinander werden. Nein. Okay. 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 Sollen wir dann sonst da noch zurechtkommen? Ist okay. Hä? 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 Ich hab' das nicht so gut jetzt ist. Du kannst das nicht so gut sein. Du kannst es nicht so gut sagen. Du kannst das nicht so gut verändern. Du kannst die Rail Plattform abverteilen. Du kannst die Rail Plattform zu den elektronischen Sachen nennen. Hör auf mich zu schlagen. Hör auf mich zu schlagen. Der ist besser als sie in der Nuge gegeben hast. Oh nein. Was machst du? Ja, 34. Tschö. Warte. Tschö. Ja. Kannst du das auch? Was sind das für kleine Zwerge? Guck mal. Achja, die habe ich gerade einem eingeräumt. Wo? In einer der Kisten, wo die elektrische Sachen sind. Aber halt, ich hab das kurze Gadget überhaupt. Mann, ich hab so einen Zwerg. Guck doch mal. Ja, ich weiß. So ein Zeig. Nicht nochmal sein. Rappinghook. Ich weiß. Ich weiß. Weißt du gar? Ich hab dir gerade den letzt gezeigt. Ich hab hier den Goldbohrer. Soll ich hier mit in die Elektrokiste packen? Kannst du behalten. Ich hab zwei Stück davon. Hast du aber verdient. Danke. Okay. Ja, ne. Ab nur zu garst du mir mal was können. Was sind dir die Grabninghook gemacht? Äh, da oben. Bei dem, äh, bei dem verbesserten... ...dem ja. Ja. Das ist dann bei der Fackel da. Ah. Ja, Mie den Helm. Meinen Helm, der hat es sogar nicht. Leistet der sich mal eben einen Diamant dafür. Wofür haben wir denn so viele? Ja. Und Kuppa, bauen wir dafür... Tja. Was denn... Wie wir immer so einen Kampagnebogen holen, aber der kostet... Verdammt nochmal... Äh, wir müssen Öl suchen. Okay. Und verstehe euch dieser... Hey, und... Wie heißt der bei dieser Relo-Kator? Der ist ganz unten. Ähm... Ist das auch bei dir englisch oder ist das auf deutsch? Moment, Moment. Ganz unten? Also das vorletzte. Der... Ich hab einmal ganz unten den Ohr-Detektor. Den Mining-Helm. Latern-Stick. Nein, nein, nein. Bei dem Bogen, bei dem Bogen. Ach so. Der vorletzte. Tangstein Hunting Bow. Nein, das vorletzte. Relo... 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 Äh, ist das auf deutsch oder ist das auf englisch bei dir? Ich weiß es nicht. Also, so wie es aussieht, englisch. Ja, was da für ein Text steht. Hold up to three friendly creatures and stays in order to safely relocate them. Ich weiß auch nicht genau, also in Stasis müssen die dann irgendwie eingefroren sein? Was soll... Ich mein die mit den Leuten in Stasis? Da sie. Also jetzt muss ich mal ernstlos gucken. Was ich denn mal verkaufen kann. Was ich denn mal verkaufen kann. Kohle ist sehr sehr wichtig. Ja... Früher war es noch viel wichtiger, weil du da mit Kohle brauchst, musstest du die Sachen schmelzen, ne? Also ohne Kohle kannst du keine Mineralien schmelzen. Aber haben die dann rausgepötscht. Und jetzt sind das einfach Feuer, die einfach so brennen. Ja... 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 Administratives nicht abgelaufen... Du musst das hier wieder machen. tipp mal einmal ganz kurz auf die leertaste ganz kurz tipp mal kurz auf die leertaste ok was fällt dir auf ja nicht nur höher ich springe ja generell langsam gerade ich habe irgend so eine so ein ding das ist aber gerade drinnen fähigkeit was auch immer ok was wolltest du ich weiß gerade nicht wie man wie er das wie komme ich jetzt haben wir das jetzt geändert was willst du machen ja auch so ein pixeln wieder weg machen dann gehst du in die maschine kriegst auf die münze mit dem blauen pfeil die weg gehen von der münze da kannst du ja zurückmachen hast du die dinge aber die im inventar ja so hast aber die grünen und in die blauen hast du die blauen dann müsstest du dann da die pixels stehen haben die du anklicken kann ja jetzt geht es jetzt geht es nicht ich habe auf das blaue geklickt haust du wieso haust du wieder ab ich versuche mein schicht bringe du sollst aber warten was ist denn ich will dir doch noch was kurz zeigen ja dann zeig doch ich bin doch da ja klar ja klar du wolltest es doch du hast doch gesagt du willst sterben du bist einen ich ehrlich ist 20 10 ja es jetzt ich ich e Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020